Also ich finde, ich bin schon seit Jahren einfach unheimlich begeistert von der Mathematik und Informatik. Ich finde einfach die Logik und diese Vorgänge, die da drin sind, finde ich einfach unheimlich interessant. Ich kann mir eine App selber oder eine Website selber erstellen und so. Mit der Informatik kann man dann auch noch viel, viel, viel mehr und viel schneller alles berechnen und auch schön simulieren und darstellen. Und das ist einfach super toll. Bis zum nächsten Mal.